Wir haben als Aktionsgemeinschaft Kaufbeuern die Aktion im Grunde mitbegründet und nachdem letztes Jahr einmal der ganze Weihnachtsweg ausgefallen ist, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr ihn wieder zu organisieren zusammen mit Kaufbeuern Stadtmarketing. Wir hoffen uns natürlich in dem Sinne eine höhere Kundenfrequenz und natürlich auch um die Altstadt zu beleben. Die Teilnehmer, da muss man wirklich sagen, am Anfang lief das Ganze so ein bisschen holpernd an und dann hatten wir im Endeffekt mehr Teilnehmer und mehr Gruppen, die teilnehmen, als erwartet. Die Dekoration tun im Endeffekt die Gruppen machen, also jetzt die Kindergartengruppen oder jetzt wie hier vom Kolping. Und wir stellen im Grunde nur das Werbebudget und die Schaufenster zur Verfügung. Resonanz ist natürlich immer etwas ganz Schwieriges zu sagen, wenn die Aktion eigentlich ja noch zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht angelaufen ist. Aber die Resonanz war eigentlich seit den 90ern positiv. Ich finde, die haben es sehr schön gemacht und ich denke mal, dass ich auch nächstes Jahr wieder daran teilnehmen werde. Ich finde, die haben es sehr gut gemacht.